Acheres ist eine französische Gemeinde mit 19.985 Einwohnern im Département Ivelines in der Region Ile-de-France. Sie liegt im Arrondissement Saint-Germain-en-Laye. Allgemeines, der Ort liegt etwa 24 Kilometer nordwestlich des Pariser Stadtzentrums. Die Gemeinde wird westlich von einer Schleife der Seine und südöstlich vom Waldgebiet von Saint-Germain-en-Laye begrenzt. Zwischen Acheres und der Nachbargemeinde Poysi liegt das Automobilwerk Poysi des Autokonzerns PSA Peugeot-Citroen. Bis zur Gebietsreform des Großraums Paris im Jahr 1968 gehörte die Stadt zum Département Saint-Germain-en-Laye. Verkehrsanbindung Acheres ist durch die Nahverkehrslinie RERA und die Bahnstrecke Transilien-Paris Saint-Lazare mit Paris verbunden. Über den Autobahnanschluss der Nachbargemeinde Poysi ist die E14 zu erreichen. An der Gemeinde führt die Nationalstraße N184 vorbei. Geschichte Das Gebiet um Acheres war wegen der häufigen Überschwemmungen der Seine nicht für die Landwirtschaft geeignet. Daher wurde von 1847 bis 1855 ein sechs Kilometer langer Damm zum Schutz vor weiteren Überschwemmungen zwischen der Brücke bei Konflanz Saint-Honorine und Poysi gebaut. 1852 und 1866 kam es zu Choleraepidemien. Am Rand des Walds wurde 1882 ein Rangierbahnhof gebaut, der mittlerweile geschlossen wurde. Zur Erinnerung an die Bedeutung des Güterverkehrs für die Gemeinde wurde ein bunter Güterwaggon neben dem Rathaus aufgestellt. 1898 und 1899 war Acheres Austragungsort des von der Zeitung La France Automobile ausgeschriebenen Wettbewerbs zur Erreichung des Geschwindigkeitsrekords für Straßenfahrzeuge. In mehreren Duellen zwischen dem Franzosen Gaston de Chasseloup Laubat und dem Belgier Camille Jenazzi wurde der Rekord von anfänglich 63 Kilometer pro Stunde auf 105 Kilometer pro Stunde verbessert. Siegreich war Jenazzi mit seiner elektrisch angetriebenen La Jomme Contente am 29. April 1899. 1940 wurde die Kläranlage seiner AWAL errichtet. Sie war damals eine der ersten Kläranlagen Frankreichs und verarbeitete Abwasser aus dem ganzen Großraum Paris. Während der Zeit der Unruhen in Frankreich 2005 wurden auch in Acheres Autos zerstört. Im November 2005 ging ein Kindergarten in der Gemeinde in Flammen auf. Bevölkerungsentwicklung, Quelle, Kassinie-Sehenswürdigkeiten, Kirche St. Martin erbaut im 12. Jahrhundert. Gemeindepartnerschaften, Großkrotzenburg in Hessen. Amarante in Portugal.